Die Bayreuther Festspiele live im Kino. Erleben Sie brillante Bilder in High Definition und ein faszinierendes Sounderlebnis. In einem exklusiven Pausenprogramm werfen Sie einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen. Aus dem Bayreuther Festspielhaus Parsifal am 11. August 2012. Live in Ihrem Kino. Mehr unter Wagner in Kino.de. Das exklusive Pausenprogramm wird Ihnen präsentiert von Audi.